Ja, ich bin Pardis Pinchas und ich bin in Pardis Pardis. Amen. Ich bin mit uns ein für die Gedeuere Bohnen, Gedeuere, das schiebe ich, das Gedeuere, die Juni für A-Waggon, das zwei halben Schritte, da im Zedig der Kaladarze-Reim, Wiener für den Bauernpark. Wo sie erstens dort führen, mit der Kalucha, und alle Diener, wo sie in der Geyer, sie einzigartig haben, in sich ein Stieb, ein Gäu oder ein Gäuter, wo sie helfen, mit dem Stieb wegen Jain-Nesach, wegen Bischlake, wegen Jichit, und wegen anderer Sachen, wo sie es in der Kluhe machen, da alle Diener mit der Luches, wo es geht, wo wir heute einmal so ein Stieb. Die Nachricht ist geschehen, da haben wir uns in der Schlitte, wo sie es hat, die Lüschel, die Kaldusche, die Dichel, und es spannt alle Gedeuere, wo sie heute Jutat für seine Mama, wo sie heißen, schüren wollen, was sie haben, jetzt kommen die Struhe, so sagen, dass sie es für ihn, von den ganzen Spruchen, und schüren wollen, dass sie in der Gäuse sind. Jede, jede, jede eine von uns weiss man ganz geht, wo es nicht geht, wo es geht, wo es nichts geht, die Schleim, wo es kommt vor, wir haben die Beine, die Verbrauchte, die Sprüche, wo es viele Kinder sind, die leider einpust, vom Paycheck nicht, In St. Mames gibt es keine Lachen, keine Lachen. In St. Mames gibt es keine Lachen, keine Lachen, keine Lachen. In den Gebieten der größeren Rösschivisten, der größeren Rösschivisten hat eine starke Gebete. In dieser Gebete hat eine größere Spur auf den jüdischen Ölern, wo es nur hier im Willensburg war. In der ganzen Wieslö-Jüdischen Gegend hat man gebeten für die Seminale. Ich glaube, es ist eine sehr gute Idee. Es ist ein Ziel, ein Jahr zu suchen. Wir haben nicht das Jahr, sondern in der ganzen Ölern, die in St. Mames gibt es nicht, in einer Seite, in der finale Gedeutung des Rösschivisten, wo es uns gebeten ist, dass wir mal zu beten wollen, dass wir zusammenleihen auf den Alltag, dass wir zusammenleichern Lachen, Lachen. Es ist eine Nacht, als man mit Tafib begibt, das Geld in der ganzen Dutomunale. der Bläseburg, wer sie will, schafft der Check, der ehgische Teurefond, und wird sie übergeben nach Nacht nach dem Morgen. Jetzt um der größte Kurt ins Gis fortzustellen, in der Kurschule dahin, der Rabe Gura zu Halkenschlitter, der Wiener dahin. Der Rabe Gura zu Halkenschlitter der Rabe Gura zu Halkenschlitter, der Rabe Gura zu Halkenschlitter, der Rabe Michael Halkenschlitter, der Nase Rabe Gura zu Halkenschlitter, sagte an der Rabe Gura zu Halkenschlitter, Und er hat gesagt, Die Menschen sagen, dass sie mit dem Gehirn helfen wollen und sie arbeiten für die Jüdische Stieb. Sie sagen, dass es nicht so ist, dass sie mit dem Gehirn genießen können für jeden einen. Aber so ist es, dass die Menschen in der Surah keinen Krieg in den Jobs bekommen. Die Menschen in der Nähe, dass sie mit dem Gehirn helfen können. Alle Gäume wollen dienen, ihnen helfen die Jüdischen. Die Gemühe bringt ihn in der Nähe. Die Gemühe ist in der Nähe der Gehirn aufhine. Die Gemühe zeigt, dass die Gemühe wegzahlt wegen der Gehirn. Die Gehirn steht in der Nähe der Gehirn aufhine. Die Gehirn steht in den Buchstaben aufhine. Und dann geht es um den Garten, um die Landen zu bewegen. Also geht es um den Arm, weil es um den Arm ist, um die Zahre. Und dann geht es um den Garten, um die Zahre zu bewegen. Und dann geht es um den Garten, um die Zahre zu bewegen. Und dann geht es um den Garten, um die Zahre zu bewegen. in der Könige sie begann sie 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 Und man hat gesagt, ja, ich habe mir schon gehört, dass ich ein Kömmer hier gefragt habe. Und er hat mir gesagt, ja, der Kömmer mich als der Kömmer, die sagt, ja, der Kömmer war und dann hat mir das Kömmer gezogen. Und der Gatel ist, wenn der Känin ging, er ging nicht an seinem Gatel, es ging nicht an seiner Gantschicht. Und der Kömmer ist, wenn er in der Luft eingelул, er kam er für das Kömmer nicht an seiner Gatel. Und er hatte, wenn er auch mit dem Gatel ist, das man seine Gatel lebt. Aber er hat mir gesagt, ja, er hat mich gesagt, aber er war eine Besondere an dir, bei einem solchen Maluch im Leich. Der König, der sich bedient. Der König, der hier, der Melancholik und der Lecher, ist er tatsächlich, dass der König nur die Lüber sein, wenn er aufhört, wenn er mit Gattel sei an die Kinder. Du hast nicht mit Gattel gelegt, wenn er ein Kind ist. Er ist auch ein Gattel. Wo ist die Meinung zu sagen, dass er mit Gattel gelegt, wenn er mit Gattel, wenn er mit Gattel sagt? Er ist nicht so an die Pshatis. A der König hat nicht mit Gattel gelegt, wenn er mit Gattel gelegt ist. Die haben hier nur noch allein gemacht. Die haben groß gemacht. Der König stellt sich auf in den Garten, in den Niedelzern Garten und nicht nur noch das. Die haben auch gelernt, die die Zambia, die die Zambia, die haben. Die haben die Zambia, die haben die Zambia, die haben die Zambia, Die Zambia sind groß. Die haben die Zambia gesagt, die haben die Zambia und die Zambia dann sie die Zambia. Das ist wie die Zambia, die die Zambia sind groß. Sie schreien uns! Die Zambia sind groß. Die Zambia des Zambia werden die Zambia verstanden, dass sie sich verstanden sind. Sie sollen uns bedienen. Sie werden die Zambia verstehen, dass Das heißt, 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 von der Hauptsache, als es gewählt hat, die Bölscher waren. Mit der Teure ist außer jahre Nessach. Jahre Nessach, meint sie sagen, warm, wo es ein Gold hat gegossen vor der Sohre. In der Ausgegossene Wahn oder in der Flaschwahn und geschockt dort vor der Sohre vor der Sohre. Das ist jahre Nessach. Und das ist außer und das ist außer Mena. Aber das ist außer Mena. Das ist außer der Sohre. Ah. Ja, 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 ja. Das heißt, Also没有 priorities, wenn der Reit flasher ist. ErULN imτοn stil ist nicht Whew OM JED FORW little man way 忍 farmer atoun Vor elligem usher Das geht so oft Das 맛天 Aber gut. Secrets also Der Minister God Wir wollen das eine Kolscherwerkzeuge achievement haben. Hattest du die Kolscherwerkente? und das erste Kolscherwerk ist, und der Kolscherwerk wird nicht mehr unterwegs. Ein Kolscherwerk ist also und das Volk in diesem Kolsch. Bebas ist der Tag mit dem Bad und der Tag die Bibelallerison in denamenten die Mittel in denissonen von Nabung. Damit man im nhiều Kar Kantons noch eine Mathe. Das ist der Wahngeschäft. Sie wissen. Wir wollen reden, wo es auf einem in der Mitte zu trinken ist, der Wahne oder nicht. Und dann, auf sehr viele Fälle, in allen Fällen, ist die Sache nur, dass es in der Mitte behefst, wenn wir behefst. Das will ich auch nicht reden, wenn es hefst. Wir wollen reden, wo es ist, wenn es der Wahne ist, außer zu trinken. Auf alle Dähe wird es, wenn es hefst, oder es ist eine andere Gelegenheit. Wenn es der Wahne ist, dann gibt es die Gelegenheit, die Erkürstelung, die Erkürstelung, die Erkürstelung, die Erkürstelung, die Erkürstelung und die Erkürstelung, der Erkürstelung in der Mitte. Wie viel Geld ist ein Hefstelung? Wie viel Dollar ist ein Hefstelung? In der Post haben wir sagen, es ist nicht sogar Dollar und Centen, ein Hefstelung. Sie werden sich auf den Mensch. Wenn man trinkt in der Wahn, und wenn nicht. Wenn man so ein Wahn, ist es nicht nur ein Wahn, hier ist ein Gerechtschus. Gerechtschus ist es selber gesagt wie ein Wahn, aber ja, in der Wischel, gekochte Wahn ist nicht. Die Gäume fliegen nicht mehr nach sich sagen, ja, in der Wischel, wo die Zuhre. Wenn man meint, ob man nicht gemacht hat, ob ja, in der Wischel. Es ist schon gesagt, ob man in der Saison auch nicht gesagt hat, ob ja, in der Wischel, wo es mal gekochte Wahn, fahrt einem, ist es nicht nur, wenn, für ein Jahr einnäßig. In der Wahn, oder die Gerechtschus ist Pasturized, das ist nicht im Ganzen gekocht. Das ist gekocht, auf der Pflecht, in der 15, der 16, die Riecht, das ist nicht im Ganzen. Es war Gäuse, in der Leukes, in der Poschum, sie das heißt, man wischel oder nicht, eine Pasturized Wahn. Aber der andere Wahn, wo es man kauft hat, in der Flasche, direkt auf, man wischel, meint, dass es nicht Pasturized, es ist gekocht. Es ist gekocht, ein Hechtel Degri. In der 16, wo ich mir Wahn, wo es ja auch noch gepasturized, und sie schrauben auf, auf der Writ, Mfustar. Mfustar meint, auf der Writ, Pasturized. Die Wahn, das ist nicht Pasturized, in der Instaferen machen wir es an, aber dieser Wahn ist unheimlich, als im Wischel. Die Wahn ist nicht mehr Wischel. Ja, im Wischel ist kusher, in der Kiddush, in der Wahn ist nicht mehr Wischel. Es ist der Zerbe Qualität, der Zerbe Geschmack, und lieben alle beide selber, die sind nicht mehr Wischel. Du hast einen Wischel nicht gewohnt, der Rambam lernt einen Wischel, der ist nicht kusher, der Kiddush Nebduhler. Der Rambam lernt, man macht noch viel, ich habe ein paar Guffen auf der Wischel, der Pasturized, Rambam. So, die sind schon gelungen, aber, also zwei Wahn, die beiden selber, kennst du auch, ich bin nicht mehr Wischel, die Kiddush Nebduhler, der einen Wischel. Aber der Wischel ist kusher, der Kiddush. In der Fahnen, so nun mir, der Kiddush. Wir suchen, dass ein Wischel, die steht in der Wischel, und nicht nur, der Dimm, von den Stamm Jänen. Aber, wo es meint, ein Wischel, steht in der Wischel, in der Wischel, und nicht alle Posten, die Masken, zu dem, wo es, die Verkauf die, die Wischel, als die Tacke, die Wischel. So, du hast, auch die Posten, zu sagen, dass ein Wischel, wenn sie gekocht, und sie dampf, weg von der Wahn, und sie dampf, auf der Wischel. In der Wischel, wo es, wenn sie unter andet, ein Wischel, dass ein Wischel da ist. dass ein Wischel, wenn sie das, nicht nur noch mal, was gab. Es geht nicht darum, dass man die Gäste und 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 die Gäste. Es geht nicht darum, dass man die Gäste und 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 die Gäste. oder Stamienum. Und hier ist der Kutn, der Kutn ist der selbe Zach. Und hier ist der Kutn, der Kutn ist der selbe Issa. Und der Kutn, mit dem Mach-Mazam, was man schmiedt, dass man jetzt nicht mehr im Maggi Ackham, auf dem Machal Shabbos befräß hier. So, du kennst in der Patschum, ich will rade lachim, wenn du kennst, was man darfst du ziehen. Machal Shabbos befräß hier ist der Kutnisch ur in der Wahn. Und hier ist der Kutn. Das ist der Kutnisch. Das ist der Kutnisch. Das ist der Kutnisch. Das heißt, in zwei Kutnisch. Und hier steht, in der Kutnisch sagt, dass ein Kutnisch ist. Das ist ein Kutnisch. Das ist ein Kutnisch. Das ist ein Kutnisch. Und wenn es sehr schwer ist, wenn es nicht mehr zu machen, hat er die Kutnisch. Das ist eine Kutnisch. Und in meiner Meinung, wenn den Kutnisch ist, dass er ein Kutnisch ist, dann erst die Kutnisch, dann erst das Kutnisch aufzuhued. Dann drüber auf den Kutnisch. Dann drüber auf den Kutnisch�. Der Kutnisch ist schwierig, sondern noch ein Kutnisch. Ich habe das kalt. Und da habe ich auch einen Kalkgeist. Wenn man eine Kalkgeist hat, wie die Flashe ab sagt... Und man sieht auch einen Kalkgeist hat, dass der Flashe schlucht. Es hat immer einen Kalkgeist. Ich hatte einen Kalkgeist, aber die Flashe und das ist so. Es hat ein Kalkgeist. Und hier haben die Flashe die Flashe geliebte. Aber die Flashe aus der Flashe geliebte. Wieso hat der Flashe geliebte? Wie ist das? In der Flashe geliebte ein Kalkgeist? Es ist so, wie das Hecht? In dieser Flashe geliebte es, wie das Grape-Juße. Das heißt, das ist ein Wahn, das ist ein Wahn, das ist ein Wahn, das ist ein Wahn. Das heißt, das ist ein Wahn, das ist ein Wahn. Das ist ein Wahn. Das ist ein Wahn. Das heißt, das ist ein Wahn. So müssen wir jetzt die Gäu reiten und die Wahn durch den Äxten. Jetzt sind wir gleich an der Dreigewater. Die Gäu nimmt die Flasche Wahn, wo die Flasche offen ist. Sie ist nicht zügig gemacht, nicht versiegelt und nicht zügig gemacht. Sie ist offen. Und für alle Menschen, als die Gäu im Verzahnung sich in der Öffnung vom Diener bei der Sohre, man nimmt die Wahn und wird geschockelt. Toma die Gäu nimmt die offene Flasche und er riecht es. Wenn er riecht, schockelt die Wahn in der Wendig. Es ist damals in der Dien, als sie wird außer. Als sie wird außer. Doch der muss, als es gerückt, wird der Wahn außer. Und wenn wir meinen, ob er Gäu riecht, der offene Flasche Wahn, offen redigiert, offen, in der Dien, der Wahn ist außer. Und dasselbe sagt, wenn der Gäu gießt aus der Wahn, der Gäu gießt aus der Wahn, er riecht, wenn es auch ein Koi gießt aus der Wahn, und der Wahn muss gießen raus, und der Kasse rein, ist außer. Und wenn die Gäu gießt aus der Wahn, die nicht nur der Wahn in der Kasse ist außer, sondern der Wahn in der Flasche ist auch außer. Weil der Nitzig ist ein Kiber. Nitzig, Nitzig, sie gießt noch ein, und der Wahn ist nicht außer. Aber wenn wir meinen, sie riecht und der Wahn rum, und der Wahn läuft auch außer. Und wenn der Wahn in der Wahn ist es außer. Wenn wir diesen Gäu gießen, wenn er riecht, offene Flaschen oder er gießt aus dem Wahn, ist der Wahn Oster. Das ist ausgeregt geworden, wenn der Goy riecht der Wahn mit Gewohnen. Er gewiss, was er did. Aber dann muss er, der Goy, der macht auf den Frigerator, und dort in der Tief in der Frigerator ist wie eine offene Flasche Wahn, und er ist nicht gewiss, dass du da Wahn warst. Ach, schlechte Gewohnen, hast du das nicht. Sie hast es nur, wenn der Goy nimmt der Wahn Gewohnen. Und er weiß, dass es ist Wahn. Er meint, dass die Appeljuice ist anders. Er weiß, dass du da Wahn, und er nimmt es. Aber heute macht er auf den Tief in der Frigerator, ist es nicht raus. Aber, wenn der Goy gießt Wahn, ist es raus. Und hier, der Muschler, Goy, der Goy nimmt, und er nimmt zwei Flaschen Wahn, und zwei Flaschen Gräbchen, und gießt er ein, ein zweiter, bei seinem Hauptfell, und gießt er ein, ist es raus. Wenn er Goy gießt, Wahn, wird es raus. Das ist geregt geworden, eine offene Flasche. Jetzt haben wir schmissen, eine vermachte Flasche. Eine vermachte Flasche, wir pflegen, dass er dienen, bei der Suche. Es ist gewinnt, dass sie schocken Wahn, eine vermachte Flasche. In der Fahrt, die Kette schillen, tun wir nicht, er geht nicht mehr für eine vermachte Flasche, aber Tom, der Goy geht nicht mehr für eine vermachte Flasche, und wenn es geregt, ist eine warme Mitte. Wir reden nicht nur für eine versiegelte Flasche, vermacht, sie ist zugedeckt, mit einem Stopper, oder mit einem Cap, zugedeckt, und dafür ist es zugedeckt, mit einem Stück Paper, ein bisschen zugedeckt. Ein Stück gedeckt, dass die Flasche Wahn, ist bei dir in der Mitte. Die Kette schillen wir nicht. Wir haben ihn geschmissen, so ein bisschen, und der Goy riecht, und der Wahn, die sich aufs Reben, und der Goy nimmt eine offene Flasche, und er riecht es, in der Wahn schocken sich, ist es raus, und hier, der Goy gießt, aus der Wahn, ist es raus, Tom, der Goy nimmt eine vermachte Flasche, und er riecht es, die Kette schillen wir nicht los, aber Tom, das geschehen, ist es Mitte, eine vermachte Flasche. Ausgerecht gewonnen, der Goy kippt mir keine Wuner, Thomas Schleubeke Wuner, mit dem vierten Wahn, in der Mitte. Jetzt haben wir gehalten, zu der Ingen, an der Goy kippt in der Wahn. Der erste Goy kippt in der Wahn, sie steigt nicht in Schirr, und sie steigt nicht in der Gemur, sie steigt in Schluakudisch, in Schluakudisch bringt der Ingen, an der Goy ist auch nicht umkippt in der Wahn. Zusammen mit dem Chassidus, wir steigen das Wahn, in Schluakudisch bringt das, aber die ganze Weile weiß zu finden, und die ganze Weile macht man dem. Es ist auch heilige Sache, also wir sollen achten gehen auf dem. Es ist ungenehm aber, an der ganze Chimre von Schluakudisch ist noch warm, und man geht nicht zum Verkoschelbrüche, für Kiddisch, für Duhrenservate, für Bänchen, auf Stamm warm, wir machen auf dem. Es ist noch ein Indie für Chassidus, für Steine Schluakudisch, und man lernt nicht schon der Chimre für Stamm warm. War warm, wo sie gut umgekickt, und man will es nicht zum Verkoschelbrüche, aber du, das soll man nehmen, aber ich mache heute, und man nehmen andere Wahn. Als sie ja im Wischel, man geht nicht schon der Chimre, aber auf Pindisch, so wie Stamm, ja, in der Gag nicht schon der Chimre, geht der Chimre auch nicht schon, wenn der Goy kiegt das so. Tome, der Goy, kiegt nun die Wand von der Keil in der Außen, es wäre eine Fasswahn, und er kiegt nun die Wand von der Keil in der Außen, das ist auch nicht so, doch nicht sehen, der Wahn. Aber in der selben Sache, ich mache Tome, es ist eine Flasche von Gluz, aber es ist ein kollierter Gluz, man sieht nicht da, und damals wird es auch nicht so, dass ich noch gesehen von der Außen, in dem Flasch. Tome, er kiegt die Gluz, Mama, da sitzt die Gluz, wir kennen dann so, wir haben also eine vermachte Flasche, wir haben viel geschmissen, eine vermachte Flasche, Tome, der Goy, er rückt es, in der Dinn aus der Mitte, dann muss er, wenn er kiegt auf eine vermachte Flasche, kann dann sein, der Meinung ist, was machen wir in dem Außen. Fakiert ist ein Abdullah, er kostet Buch, und wir machen dem, in dem Außen. Tome, es ist eine offene Flasche, und er kiegt dort auf die Gluz, in der Wadde, auf eine vermachte Flasche, ist, du hast eine Hückel, aber der Meinung ist, machen wir in dem Außen, du hast eine Zelle, ich mache es. A Goy, wo es Rietun der Wahn, oder Schakel der Wahn, haben wir geschmisst, sie in eine offene Kalle, wird es raus. Aber alles von der Schakel, Tome, Rietun der Flasche, wenn es draußen ist, ist gut nicht. Er Rietun ist noch ohne, schakelst du nicht, ist gut nicht. Haben wir geschmisst, so die alle Dinn, von der Wahn, in jeder Stieb. Wenn der Goy Rietun, Mammisch der Wahn, ist raus, wenn der Goy schakelst du der Wahn, eine offene Flasche zu Hause, Tome, Rietun der Flasche, wenn es draußen schakelst du nicht, ist Mitte, Tome, ist eine vermachte Flasche. Und der Goy Rietun, ist es in Mitte, bei dir wird, nicht so, wie es nicht geben. Tome, Tome, die Goy, kickt du in der Wahn, so muss es ein Schnitzel, verkiddich, in Havdule, Tome, kickt du in eine offene Kalle, in eine Sette, durch die Gluz, so machen wir es an, eine vermachte Kalle. Kann man auch machen es an, auf dem. Aber Tome, die Goy, ist nicht nur die Flasche, von der Rösten, so kulierter Gluz, oder das ist der Fass, ist nicht nur kein Schimmel. Wenn ja, immer wüssten, sind ganz nicht nur die Schimmel, wenn die Goy, so umgekehrt werden. Und wir haben geschwischt, so wie bei dir, die Dienung, vom Wahn in der Stieb. Und gerne tritt weiter. Jetzt haben wir geschwischt, wenn Tome, die Goy, ist geblieben allein mit der Wahn, in der Heim. Tome, die Goy, ist geblieben allein mit der Wahn, du sie sei erhaben. Du sie sei erhaben. Aber weißt du, wo sie geht hin damit? Ist Tome, ist geblieben mit der Wahn. Es ist möglich, als er das geöffnet, ist außer. Das ist eine Sache halbe. Wie haben wir geschmiss, wenn wir gesehen, wo sie die Goy getehen, er kriegt die Wahn. Aber Tome hat nicht gesehen, wenn sie gewinnen dort Wahn in der Stieb, und man weiß, dass sie die Goy, hat es aufgemacht oder nicht, ist es gleich versiegelt. Damals, dafür machen wir es an. Das ist eine Sache halbe, wenn die Goy dort allein ist mit der Wahn. Man kann es an, hat es geöffnet, man weiß nicht, wo sie die Goy getehen. Das ist eine Sache halbe. Nach der Dienung von Wahn, er schmissen die Dienung von Bishel Akem. Aus Chazan gesagt, er hat nicht Essen am Achel, wo sie die Goy gekocht, er schmissen, dass sie die Dienung von der Wahn, wenn er mit der Goy, die Arbeit in der Stieb, er gab mit Bishel Akem. In der Nachhinein schmissen, wo sie die Dienung, wenn die Goy sind geblieben allein in der Heim, mit der Machulem, oder mit der Kale, mit Geschirr, ist geblieben dort allein. Er ist mir schmissen, wenn man die Goy hat, hat es gekocht. Man hat es gewöhnt dort, wenn man gesehen, man weiß, die Goy hat, hat es gekocht. Bishel Akem ist Osa, betun ich Essen am Achel, wo es hat Goy hat gekocht. Mit Rabunam, hat Gizai, wo es hat Gizai, ist Osa, mit Bishel Akem. Er ist Osa, hat man auf den Machel. Er ist Osa, hat man auf den Machel, wo es hat Goy hat gekocht. Aber nicht alle Machulim, ist der Dien, als es Osa. Sie müssen das, an der Machel, wo es hat nicht nachholt, wie es ist Osa. Mit dem man sich Essen roh-haidt. Also wie Fisch, und Fleisch. Aber Thomas ist Peirus, oder Yurkes, und so mit dem man sich roh-haidt auch hat, kann ich schon kebishel Akem. Das ist nicht das, ein Kusch, das ist was hat gekocht. Heute mit dem man sich noch Ersten, hat Goy hat Goy hat, oder damals hat Goy hat Goy hat Goy hat Goy. Sie bei der Ei, mit dem man sich roh-haidt auch Goy hat Goy hat Goy. Aber es ist kein Normaler Machel, und Thomas, der Goy hat Goy hat Goy hat Goy hat Goy. Und wenn man die Konsequen, die normalen Häuschen und die Pferde, dann wird es nicht so gut. Der zweite Teil ist, dass man die Konsequen der Konsequen der Konsequen hat. Das ist der Konsequen der Konsequen. Und was er sagt, dass der Konsequen der Konsequen? Der Konsequen der Konsequen ist nicht so gut. Und was er sagt, dass der Konsequen der Konsequen? Der Konsequen der Konsequen der Konsequen hat. Der Konsequen der Konsequen Führer ist auch der Konsequen der Konsequen. Wir gehen nicht bei der Sieder, aber wir gehen bei der Sieder, zuerst von der Sieder, das ist der Sieder, das ist der Sieder, das ist der Sieder, das ist der Sieder und das ist der Sieder. Sie kochen der Sieder auf uns in der Feier und dann auf der Topf der Feier. Das ist der Sieder, das ist der Sieder. Jetzt lassen wir uns schließen, dass der Goyat departe ein, und der Jid ist der Zweite. Der Goyat unbezündet für die Feier. Der Goyat gibt die Jid und leidt den Topf auf dem Feier. Das ist dann in der Mitte, der Goyat ist nicht verством. Wer ist denn der Goyat? Wer habe den Topf auf dem Feier? Die Jid! Wenn der Goyat unbezündet für die Jid und die Jid leidt den Topf auf demış. Aber Thomas ist verkehrt. In der Nacht der Goyot gleich der Topfamfeier. Das ist ein halber. Der Goyot ist alles gleich. In der Mechabe in der Schirrnur ist es halt, und die Ergabnis aus. Die Ergabnis aus, wenn der Goyot gleich der Topfamfeier. Aber in der Rammu ist Michael in dem auch. In der Rammu sagt man kein Michael sein, er wird die Jede tungez in der Feier auch. Und nicht nur der Rammu, er tungez in der Feier, er wird daran geworfen, ein Spendel in der Feier, ein Mechate gewesen in der Feier, er geschah in der Feier. Und der Hahn hat die Gase gemacht, Hechtel der Gase ist auch mit der. Wir nehmen nun den Keller wie der Rammu, machen wir das an, können wir machen das an, und der Rammu sagt, ob der Jede geteilt eine von den Sachen. Wenn der Jede geteilt die Topfamfeier. In der Feier ist ein ungezinnter Feier, das ist eine Wadermitte. Aber wenn der Jede geteilt die Feier erst, in der Nacht kommt der Goyot, und der geteilt die Topfamfeier, nennt man ihn auch aus der Mitte. So, wenn der Jede hat Hechtel gemacht, der Feier. Jeder ist müde. Als Tom, der Jede helft sie ein bisschen. Man hält ihn mit dem Kochen, der Goyot gemacht der Feier, und der Goyot aufgelegt den Feier. Aber die Jede gekümmert die Ziegen auf, und gemischt den Topf, oder die Hechtel gemacht den Flammen mit, gemischt den Topf, er mischt den Topf, und der Wende, das war der Mitte. Die Ziegen auf uns ein bisschen, das ist jeder Mäuter. Wenn der Meiler, Thomas geschieht, hat der Goy, oder der Goyot, leid der Topf von Feier, und sie zentun den Feier auch, und die Jede kommt, und er puh eit ist. Können können wir es mischen. Und die zweite Sache, hat er puhscht eit. Er kann es ausleschen und zentun noch einmal. Dann legst du es ausleschen und zentun noch einmal, und schwingt es. Wie ist er noch mit Schwartig zu kochen? Wie lange ist er noch mit dem Kochen? Er helft noch ein bisschen, und er stößt ihn noch einmal. Und dann Heche machen. Heche machen darf man Acht hingeben, nicht alle muss Heche machen, Thomas zu sagen, normaler Gas, kann man Heche machen. Thomas arbeitet auf der Thermostat, Heche machen manchmal nicht gut nicht, wenn man auf der Thermostat ist gestalt zu 300, und sie brennt jetzt, macht auf 350, geschieht auch gut nicht. Sie brennt ein bisschen länger, bis sie kommt um zu 350. Das muss nicht helfen. Darf man es ausleschen und zentun. Thomas, wir schrauben mitten an der Goyot draufgelegt auf dem Feier, umgezählt auf dem Feier, er rauft auf dem Feier, er dauert ein Einzel. Leches aus, und zentun noch einmal. Oder, wir kennen es Mischen. Wir retten, Wasser zum Beispiel, Wasser ist wie ein Schmischen Mischen im Knesset Rehe. Dann ist man gekocht, Wasser. Wir retten an Fisch oder Fleisch, die Sache, wo man kauft auf dem Feier, wo es die Feltos auch so kochen. Noch eine Sache ist wichtig zu wissen. Noch dem, was am Achel ist, sind gekocht, gar nicht schon wie beschlacken. Und sie warmen am Achel. So Menschen haben Goyot diesen Stieb, und am Achel ist schön in der Frieser, und man darf es dann rausnehmen von Friesern umwarmen. Und noch dem, ist ein Schmischen Messe nicht. Das ist auch schön gekocht. Nicht nur das, anfängt sich gekocht wie ein Achel von der Ressour. Das ist halb gekocht. Man kann das erste Beschlacken tragen. Das ist auch schon ein Stück Beschlacken. Das ganze Beschlacken ist, wie lange die Sache ist reu. Thomas ist halb gekocht, und die Goyot ist mamschig, und das ist ein Stück von dem. Und man besucht, das sind wichtige Sachen, das gibt ein bisschen Beschlacken. Das ist alles. Die erste Sache, man besucht, man besucht, man besucht, beide Sachen. Er zentrum der Feier, und auch der Leiter zum Feier. Man besucht, dass viele der Goyot und die Leiter vom Feier und die Leiter vom Feier bestätigt, sehr gut. Das kommt an der Topf ist gut. Das kommt an der Toppen, das geht zu nicht mehr. Und dann, das wird auch gut. Man sagt, das ist gut, und dann muss das Assen mit dem Eis welchen. Auch hab ich gesagt, dass sie die Sache schon nach hinten gekocht. Der Goyot warme für die Wege issues, das war etwas, in diesem Video der Eiz, es war etwas. man hat ein bisschen gesinnt, dann kamen alle Zigarin in der Frise, in der Goyot. Der Goyot warme im estát oder die Goyot mit Schraub vom extendiert, Das ist ein Problem. 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 Oder verkehrt sie nur, der Mann in der Heim, ist du ein Guter, ist du ein Öffn, wo es in der Mitte heißt, Pesach, Bussiach, man lasst das Tier offen. Aber man lasst das Tier offen und der Tier geht es zur Schüsterabend. Man hat die Schüsterabend hier in der Apartment-Bildung, sie geht es zur Hallway, es ist eine Hallway, wenn Menschen reisen, aber der Tier ist offen, ist nicht durchgehiert. Wo es meint offen, so macht euch das Apostel, wo es meint offen. A Tal, wo es meint, Mama ist offen, in A Tal, sie meint zu suchen, als sie nicht verspart, wir können es aufmachen. Die Trille, soll man sehen, die Tiere sind offen, sie müssen sich dann breit offen, wir können es zum Beispiel offen machen in dem Schabelschloss, und sie machen. Das heißt, es ist nicht ziehgemacht im Tier, das ist die Trille. A Tal, wenn man nicht kennt, die Ewe können sich verlassen, aber das Tier ist nicht ziehgespart, in jeder kann er reinkommen, man kann es öffnen mit den Händen. Das ist Pesach passiert, in der Zeit können wir Mathe machen, der ist sie jäht. Wenn, dann kommt eine Frau, die jüdische Frau, ist ein Baal bei ihr, wie ein Mann ist in der Straße, der Mann hat sie geschlagen in der Daumen, weil sie viele Arbeiten doelt, dann kann er heim kommen. Aber Baal bei ihr ist nicht durchgehört, aber viele Kimme ist nicht geweenlich, sie sind geschlagen in der Daumen, und mit Daumen geht auch das so, sie sind geschlagen in der Arbeit und es ist gewöhnlich, dass sie einen Schein finden, was eigentlich noch Mitchell. Aber bei ihr ist Mitter. Wenn sie bei ihr bei ihr ist, wenn sie bei ihr bei ihr, der Mann arbeitet und nicht tut, und damals in der Dienst nicht tut, und damals auch viele, die Arbeiter nicht tut, aber sie bei ihr bei ihr. Bei ihr hilft nicht. Nein, das hilft sie nicht. Der Mann war auf der Pachet und der Mann war auf der Pachet. Der Mann hat sie bei ihr, hat sie meure. Aber er kennt nicht. Aber wenn sie es nicht tut, hilft es nicht. Nachher öffnest du, als du zu schäumen, es kommt der Mann raus. Ein fremder Mann kommt der Mann raus. Er hat einen Schlüssel. Sie suchen einen Schlüssel. Dann kommt der Tag. Er kommt der Tag. Er kommt der Tag. Er kommt der Tag. Er hilft uns. Nachher öffnest du, aus der Hälfte. Also ein Kind. Ein Kind. Das kann verzeihnen. Ein Kind lassen wir sagen, sechs Jahre alt, mit neun Jahre alt. Ein Kind ist ein Schäumer. Ein Schäumer ist nicht. Bei Tag. Er ist nicht. Bei Tag. Bei Nacht. Bei Tag. Bei Nacht. Bei Nacht. Aber einer andere, Einer Frau, die erinnert er sein. Er werden auch nicht geschaffen. Es gibt keine kleine Kinder. vor den größeren Kindern. Im biensum muss man da. Einer arbeit kommt auf den Stieb. Und die Frau ist dort allein. Zwei Waben helfen nicht. Wenn du zwei Frauen helfen nicht, was helft ihr? Pesach bis hier ist eins. Aber das Tier ist offen. Die Getrielle ist ein bisschen offen. Oder Baal über ihr. Das helft auch nicht. Oder du hast ein Kind. Welches Kind immer? Ein Tinnig oder ein Neukes von sechs bis neun Uhr alt. Oder der Frau hat ihr sie mit ihr. Das helft. Thomas ist noch ein Mann dort. Es ist nicht helft. Weil zwei Männer es gibt. Aber nicht mit der Goy. A Goy ist nicht heiß. Es ist doch ein Puritz. Es ist doch ein Ausgelassen der Goy. Ein helft doch nicht. Das ist wenn die Frau ist dort mit der Arbeit der Goy. Jetzt haben wir eine Frage. Wenn Aide ist dort mit der Goyte. Wenn Aide ist dort mit der Goyte. Wenn Aide ist dort mit der Goyte. Wenn Aide ist zwei Männer. Zwei Männer sind ein Kurschen. Zweitens. Wenn Aide macht ein Pesach. Drittens. Wenn Aide ist ein kleines Mädels. Ich bin sechs bis neun Uhr alt. Und viertens. Er kann mit seiner Tochter. Oder seiner Schwester. Eine kleine kleine. Oder seiner Mama. Auf dem öffnen. Wenn Aide ist. 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 Wenn Aide ist lieber mit wearspistet. Wenn Aide ist. Wenn Da geht es weiter. Die Gäute ist nicht so gut. Die Gäute kommt mit dem Zeilen und sagt, dass das Zeilen nicht so gut ist. Die Gäute ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Die Gäute sagt, dass es ein Tagschitt ist. Die Gäute ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Die Gäute sind nicht so gut, sondern sie sehen, dass sie sich in den Zeilen befinden. Sie sehen, dass die Gäute nicht so gut sind, sondern sie sehen, dass sie die Zeilen auf der Wand sind. Man sieht, dass sie nicht so gut sind, sondern sie sehen, dass sie nicht so gut sind. Das ist ein Wichtiges Verfahren. Etwas sollte sie nicht nur mit ihm gerecht sein. Darüber müssen wir sie nicht dafür參ngieren. Und wir haben gegenseitig Wichtiges, ein bisschen, ein paar Acker, einiges, ein Neues, ein Haus, einiges, einiges. In anderen Sachen, die uns jetzt zeigen, können wir ein Gefühl von der Goyen berechnen und wir werden das so gut in der Psychologie gemacht. Wo sind die Psychologie eine Leave-in-Dreiche für machen, welche mit der Goyen? Und jetzt haben wir in drei Wochen, in Megillus Eiche steht das so, in der Gabbau klar ist es so. Hier, Yosfu, bagoyem, leimotzu menoyach, korredefehu, siegihu beinah mit Zurem. Hier, Yosfu bagoyem, die jeden Sitzung in Gulas, bedegoem, leimotzu menoyach, betreffisch karidat, bedegoem auch nicht. Was vertriebung meis, Jesu, man kiemen in Gulas, du auch am Ochnisch, kameniecha. Korredefehu, siegihu beinah mit Zurem, darunter noch Jogos haben mir erreicht, und mir umgejogt beinah Zurem zwischen den Grenzen. Zwischen den Grenzen, zwei Grenzen, man kann nicht anzlaufen. Aber Chazal Darsch und beinah mit Zurem meint, zwischen die Teig, von Shibus und Betamas, mit Tisha Bav. Korredefehu, siegihu beinah mit Zurem, damals, siegihu beinah mit Zurem, die Zurem, die Zurem. So, es ist bekannt, die war, für die Maseridische Magie, die Maseridische Magie sagt, Korredefehu, siegihu beinah mit Zurem, Taschel, in den drei Wochen. In den drei Wochen, das machen wir kein Unkiem Eibisch. Das ist auch der Muschel. In der Muschel ist, der König ist in seinem Palatz, dann kann man schon Unkiem, in seinem Palatz, mit Afghain, doch der Teuer, noch ein Teuer, in der Schance, aber wenn der König in Ghulis unterwegs ist, kann jeder Zierkimmel. In Beinem Zurem, ist gewünah mit Eibisch in Ghulis, und dann kann man Zierkimmel. Korredefehu, die Nuchjugend Eibische, ist die Gihu, man kann massig sein Eibisch, während Beinem Zurem. Also, das steht für Maseridische Maggit. Aber wo ist der Scherich, das hat das mit dem Umfang, der Scherich, ist der Beinem Zurem, in der Mönchung, in der Mönchung. Man träfft sich die Mönchung, in der Gulis, wo ist der Scherich, das hat das. Der Pusche, in der Stadt ist, haben wir gegangen in Ghulis, in der Saison, in der Mönchung, in der Mönchung, in der Eibisch, in der Gulis, in der Mönchung, in der Mönchung, in der Mönchung, in der Mönchung. Aber in der Mönchung steht, dass die Mönchung in der Mönchung, in der Mönchung, in der Mönchung, in der Mönchung, Da steht ein Mönchung, weil er Mönchung in der Mönchung, 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 In der selben Sache bei Klall Jesuhr, wo es jeder in den Gules ist. Hier in den Gules, wenn jeder in den Gules getroffen ist, wird er nicht in den Gules sein. Ich meine, wenn der Push-Up-Shat-Medisch ist, hat er die Einbeste Macht in den Gules für ihn zuhören. Wenn Thomas nicht in den Gules ist, wird er nicht in den Gules sein. Er sagt, wir wollen doch nicht in den Gules sein. In diesem Fall ist der Medisch, dass er nicht in den Gules sein will. Aber noch einmal kennen wir einen anderen Verschatten. Der Medisch ist der Verschatt der Malise von Kaiso. Nicht, dass jeder nicht in den Gules sein will, wenn er in den Gules sein will. Er bringt ihn mit den Gules. Der Gules hat den Gules geschickt. Warum ist er in den Gules? Weil er nicht in den Gulen bequem ist draußen. Da muss er in den Gulen finden. Aber den Beginn den Gulen og ist den Gulen nicht. Da er in den Gulen nicht bequem wird. Aber der, wo sich ja bequem wird, muss er bekannt sein. Er ist nicht bedankt. Er ist ganz bequem. Und das war ein Bequem mit dem Goyen. Und das war ein Bequem mit dem Goyen. Das ist ein ganzes Leben steiger. Er ist nicht interessiert zu der Gile Schleimler. Aber wir sind nicht bequem. Wir sind nicht bequem. In der Pfarr, sich mit der Gile Schleimler. Ist das in der Beschatten der Medrash? In der Pusik. Der Gile Schleimler. Der Gile Schleimler. Imıyler der Pfarr, sich die�zer Jupe mit dem G cade müssen. Aber dieby Mr. B здесь kommen cima zu der Einchnellung. Das Ende der Gile Schleimler mit dem Generbah unserm點. Amen. Amen. Amen.